Musik Lange hatte sie auf unserem Dachboden in irgendeiner Ecke gestanden, diese alte Waage meiner Großmutter. Als Kind hatte sie mich sehr beeindruckt, denn man musste in die eine Seite, in die eine Schale etwas einfüllen und dann auf der anderen Seite mit kleinen Eisengewichten das gleiche Gewicht draufstellen und wenn in der Mitte die Waage sich ausglicht, dann konnte man zusammenrechnen, wie schwer der Inhalt in der Schale gewesen ist. Als Kind habe ich oft damit gespielt und zusammengerechnet, wie das nun alles so ist. Jetzt kürzlich dachte ich nachts an diese alte Waage. Ich weiß nicht, warum es mir in den Sinn kam, aber ich war gerade so in einer Phase, wo viele Sachen einfach nicht so klappten, wo ich merkte, hey, da ist Ärger in mir, da ist Missmut in mir, da ist etwas, was mich wirklich da so ein bisschen im Griff behält. Und ich wusste, das ist eigentlich eine feindliche Attacke, die mich wirklich in diesen Ärger und in dieses Negative reindrücken wollte. Und ich hatte den Eindruck, dieses Gewicht, was so in dieser Waagschale sich da reinlegte, wurde immer mehr, immer mehr und immer mehr. Und die Waagschale ging auf der einen Seite immer mehr nach unten. Und dann betete ich darüber und eine Antwort kam in meinen Sinn. Und der Herr sprach zu mir und sagte, lege Dankbarkeit auf die andere Seite. Und ich dachte, was hat jetzt Dankbarkeit mit meinem Ärger zu tun oder mit diesen komischen Dingen, wo auch Sachen wirklich so gegen mich kamen. Aber wenn der Herr spricht, dann sollten wir ganz, ganz schnell im Gehorsam sein und die Dinge, die er uns sagt, umsetzen. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe angefangen, dankbar zu sein für Dinge, die in meinem Leben so gut waren. Wo er mich versorgt, wo der Herr wirklich den Weg ebnet, wo er mich beschenkt, wo er Dinge regelt für mich hinter den Kulissen, die ich noch nicht mal weiß, aber wie sie dann sich ergeben. Und so packte ich Dankbarkeit um Dankbarkeit um Dankbarkeit auf diese andere Seite der Waage. Und ich merkte, wie da ein Ausgleich in mir stattfand. Wie die Dinge, die mich vorher so unter Ärger und Druck gebracht hatten, wie sie wirklich durch diese Dankbarkeit in einen Ausgleich gekommen sind. Und vielleicht, wenn du in diesem Druck bist, dann sei dankbar für die Dinge, die Gott für dich regelt. Wo der Herr dir vorangeht, wo er dir gebahnte Wege schenkt. Und wo du dieser Aufforderung der Schrift ganz schnell nachkommst, lass dich verändern durch Erneuerung deines Sinnes. Lass dich verändern von Gott. Lass ihn Raum gewinnen, dass du mit Dankbarkeit die Dinge, die negativ sind, aufwiegen kannst. Wo die Waage der Dankbarkeit sogar höher wird, als das, was in der anderen Waagschale ist. Und wo du nicht mehr Mangel und Not als erstes da reinlegst, sondern wo du sagst, es sind Wunder der Versorgung Gottes in meinem Leben da. Es sind Wunder der Versorgung Gottes in meinem Leben. Ich wünsche dir diese Wunder der Versorgung und dass du spürst und weißt und sicher bist, Gott hat mehr für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!